So, jetzt haben wir das Teil hier ja vermessen, kann man die Zahlen eigentlich lesen, also einigermaßen. Hier sind wir am tiefsten, da ist jeweils die Null, alles andere steigt an. Das geht hier, auf dieser Seite sind wir bis 23 Hundertstel höher, hier drüben fangen wir bei Null an, dann steigt es hier langsam, hier sind es 9, 14, 15, 19 Hundertstel. Was haben wir hier drüben noch? 15, 18. So, das heißt also, wir haben hier, hier sind unsere tiefsten Punkte und das geht nach da drüben gleichmäßig hoch. Ja, jetzt 23 Hundertstel wegzuschaben, da habe ich jetzt nicht so große Lust drauf. Flachschleifmaschine habe ich nicht, habe ich schon, also meine Kugelmülle, aber mit der kann ich das natürlich nicht machen. Und jetzt überlege ich mal, ob ich mit einem 60 Grad Schwalbenschwanzfräser die ganze Sache nicht noch ein bisschen überfräse, ohne die Schwalbenschwänze nachzuarbeiten. Nur die Fläche. Das ist natürlich schwierig, möchte nicht zu viel wegnehmen, weil dann kriege ich Probleme, wenn der Support eine neue Lage bekommt, passt ja auch die ganze Bohrung der Gewindespindel nicht mehr. Dann müsste man, wenn man jetzt hier zu viel dran macht, müsste man das auch nochmal wieder nacharbeiten. Deswegen versuche ich wirklich nur, das Nötigste zu machen. Das bedeutet in diesem Fall, möglichst nicht mehr als 23 Hundertstel wegzunehmen. So, dann gucken wir mal, was die Maschine und Genauigkeit so mit sich bringt. Ich kenne mal hier so eine Parallelunterlage. Ja, die wackelt auch nicht, die liegt jetzt schön satt auf. Ähm, dann drücken wir mal die Messuhr. Okay. Steigt an. Okay, circa. Jetzt bleibt es relativ konstant, aber zwei Hundertstel sind das. Gehen wir zurück. Kommen wir nicht ganz auf Null wieder zurück. Wahrscheinlich müssen wir den Ölfilm jetzt erstmal ausdrücken. So, da sind wir auf Null. Okay. Zwei Hundertstel ist natürlich, ja, viel für das, was wir vorhaben. So, dann machen wir das nochmal in X-Richtung. Da brauchen wir jetzt natürlich nicht die ganze Tischlänge abfahren. So, das ist jetzt noch nicht ganz ein Hundertstel. Das bleibt relativ konstant. Kriege ich das jetzt noch rausgedrückt wieder. Ja, nur ein bisschen, es kommt aber wieder so. Wenn ich den Tisch jetzt hier anhebe, auf der linken Seite, das macht nicht viel. Das macht nur eine Strichbreite. So, jetzt kommen wir nicht ganz auf Null zurück. Ölfilm. So. Das ist jetzt hier weniger. Hier am Ende wird es jetzt ein bisschen mehr. Das ist hier aber auch klar. Der Tisch hängt jetzt links. Sehr weit raus. Wenn ich jetzt hinten ein bisschen anhebe. Hier bringt das nichts. Hier noch ein bisschen Ölfilm ausgedrückt. Auch nicht so viel. Okay. Das ist das, was meine Maschine bringt. Ja. So, wenn wir jetzt aber den Support hier noch als zusätzliches Gewicht drauf haben, wird es natürlich noch ein bisschen schlechter, weil wir dann mit der Gewichtsverteilung ein bisschen ungünstiger liegen. So, also folgender Lösungsansatz. Wenn der Tisch still steht, dann ist zwischen dem Tisch und dem Fräser ein ganz definierter Abstand. Wenn wir das Werkzeug jetzt durch diesen Abstand durchschieben, wird das Werkstück auf jeden Fall gleich dick. Natürlich ist das Problem, dass wir das Werkstück dann nicht spannen können, sondern freihändig führen. Da das jetzt aber grauguss ist und ich jetzt mit ganz kleinen Zustellungen arbeite, sehe ich da nicht so das große Problem. Ich möchte euch bitten, macht das nicht nach. Macht es nur nach, wenn ihr euch ganz sicher seid, was ihr tut. Ich habe jetzt hier schon zweimal durchgeschoben, damit ich nicht hier live vor der Kamera sterbe. Man muss natürlich aufpassen. Ihr braucht auch keine Kommentare zu den Handschuhen schreiben. Ich musste in einer halben Stunde Armbrot essen. Deswegen habe ich keine Lust, mich dann eine halbe Stunde hinzustellen und mir die Graugussfinger zu schrubben. Deswegen habe ich schnell mal Handschuhe angezogen. Wer das nicht sehen kann mit Handschuhen an der Fräsmaschine, bitte weggucken. An der Drehmaschine würde ich keine tragen, aber an der Fräsmaschine ist mir das jetzt egal. Aber außerdem zerreißen sie so schnell, da kann ja nichts passieren. So, ich lasse den Fräser mal mit moderater Geschwindigkeit laufen. Ich habe hier hinten ein Lineal und da schiebe ich jetzt das Werkstück einfach dran lang. Ich habe jetzt ungefähr ein halbes Hundertstel zugestellt. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt in der Kamera? Hier wo die Null war, sind wir jetzt ungefähr, na gut, hier stand die Eins. Also ein bisschen könnte noch runter. Der Fräser schneidet nicht ganz gleichmäßig, darum habe ich diese leicht stockenden Bewegungen. zu Beginnen! also ich denke das ist relativ ungefährlich was ich hier mache auch dass ich jetzt mit meinem daumen von euch aus gesehen hinter dem werkzeug bin sehe ich als unkritisch an da ist noch zwei zentimeter luft so jetzt ist es eigentlich schon ganz gut wie sieht es im display aus also hier der bereich wo die null waren da ist es jetzt gerade so angeschrabbelt eigentlich ist es perfekt so diese höhe würde ich jetzt hätten wollen im moment ich gehe mal auf pause so ich habe jetzt ungefähr 10 12 mm zugestellt also mit dem werkzeug in diese richtung bewege mich jetzt weiter in die mitte dann habe ich schon mal ohne kamera hier blöderweise jetzt mal hier immer so ein halbkreis rein gehauen habe mich gewundert warum ich jetzt auf einmal mehr weg nehme habe dann festgestellt dass graugussspäne unter dem werkstück sind also noch mal alles sauber gemacht frisch abgewischt ich führe jetzt das werkstück andersrum zu weil der fräser mir das jetzt natürlich so rum gegen den anschlag drückt jetzt noch ein zentimeter zustelle dann sind wir schon über die mitte das heißt erste seite wäre dann schon geschafft und das gut da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich bin jetzt hinten ein bisschen in die Ecke rein. Man sieht jetzt hier auch, dass die Fräsbahnen alle auf einer Ebene liegen. Also die Kreuzschnitte überlappen sich immer. So, jetzt machen wir dann den letzten Durchgang. So, ich stelle mal hier ein halbes Hundertstel zu. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mit möglichst wenig Bahnen auskommen. So, so ist das jetzt ausgegangen. Null, Null, Null. Auf der Seite sind wir hier bei plus 1. Hier unten sind wir bei plus 1, plus 2. In der Mitte wieder auf 0. Plus 2, plus 2. Das sollte sich machen lassen. So, für das Schaben des Schwalmschwanzes brauche ich da einen vernünftigen Freistich. Sonst wird das nichts. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, den einzufräsen. Da habe ich mir eine Säge genommen, die nicht mehr ganz so hundertprozentig scharf ist. Ich glaube, es funktioniert das noch. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen schnell erlaufen lassen, die Maschine. Das U-Laut auf 15 Hertz, 14,5. Vorhin war es 6 Hertz. In Worten 6. So, die zweite Seite genauso. Da war die Aufspannung noch ein bisschen komplizierter, weil hier unten noch diese Rundung ist. Genau. Ja. Vielen Dank.